Willkommen zu dieser Meditation. Heute werden wir eine Meditation machen, die es dir ermöglicht, deine neue Liebe zu manifestieren. Des öfteren bin ich gefragt worden, ob man nicht auch eine bestimmte Person mit einer Meditation anziehen kann. Das kannst du hiermit tun. Oder aber du denkst, dass das Universum viel besser weiß, was gut für dich ist und ziehst hiermit die für dich beste Person in dein Leben. Für beide Fälle ist dies die Absicht dieser Meditation. Bitte höre diese geführte Meditation nicht während des Autofahrens, denn diese Meditation ist wirklich echt und geht tief. Dies ist eine sehr kraftvolle Meditation. Und ich möchte, dass du dich daran erinnerst, dass alles möglich ist. Es gibt alles, was du dir nur vorstellen kannst. Es geht nicht darum, wie du aussiehst. Es ist egal, ob du übergewichtig bist. Es ist egal, welchen Platz du in der Gesellschaft hast oder ob du glaubst, dass es schon zu lange dauert. Was auch immer du glaubst oder was deine begrenzenden Glaubenssätze auch sind, sie sind alle falsch. Alles ist möglich und du wirst deine Liebe finden. Durch Meditationen wie dieser beginnst du den Prozess und du wirst buchstäblich telepathisch mit deiner neuen Liebe verlinkt. Das ist eine echte Verbindung, die du daherstellst. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass deine Umgebung optimal vorbereitet ist für das beste Ergebnis. Gedimmtes Licht, Kissen und Decke und sich warm und gemütlich hinlegen. Wenn du zum Weinen neigst, dann lege Papiertaschentücher für dich bereit. Bevor du dich hinlegst, lege deine Hand auf dein Herz und sage Ich und dann sage deinen Namen. Werde mich jetzt für diese bestimmte Person meiner Wahl oder der für mich Besten öffnen und sie herbeirufen. Und zwar genau jetzt. Stoppe nun diese Aufnahme und sobald du dich bereit fühlst, drücke die Wiedergabetaste und wir beginnen mit der Meditation. Und lege dich hin, so bequem wie möglich. Öffne nun dein Herz. Lasse deinen Körper nun entspannen in die Liebe hinein. Spüre einfach, wie die Sehnsucht in dir sich als ein Gefühl der hingebungsvollen Liebe in deinem Körper ausbreitet. Lasse diese Liebe sich in deinem ganzen Körper verteilen. Und mit jedem Ausatmen sinkst du jedes Mal ein Stück tiefer in dein Unterbewusstsein hinein. Immer tiefer in diese wohlige Entspannung hinein. Und mit jedem Ausatmen wird nach und nach jede einzelne Körperzelle von dem Gefühl der Liebe durchflutet. Fühle es. Und je mehr du dieses Gefühl in dir aufsteigen lässt, desto mehr sagst du dem Universum, dass du es wirklich willst. Und vielleicht kannst du bemerken, wie sich dein Körper nun angenehm, schwer und entspannt fühlt. Es ist ein schönes Gefühl, desto mehr du von allem loslässt, desto tiefer du dich einfach sinken lässt. Und nimm dir nun einen Moment, um alle alten Lieben loszulassen. Auch wenn es sich etwas schwer anfühlt. Mache weiter und lasse sie los. Und mit den alten Lieben lasse auch all die Blockaden los. Lasse all die Gefühle und Gedanken los, die dir eine neue Verbindung erschweren würden. Mache dich frei davon. Indem du nun einmal tief dort hinein fühlst. Spüre noch einmal die Schwere dieser Gefühle. Und nun atme einmal tief in diese Gefühle hinein. Und lass es raus. Und mit dem Ausatmen lasse diese Gedanken und Gefühle los. Lasse sie vollkommen los und fühle dich befreit. Sei sicher, dass es da wirklich etwas viel Besseres für dich gibt, was da kommen wird. Und mit dem Ausatmen. Und mit dem Ausatmen. Und mit dem Ausatmen. Und mit dem Ausatmen. Du bist nun frei. Und mit dem Ausatmen. Und mit dem Ausatmen. Und mit dem Ausatmen. noch tiefer. Lasse Dein Körper nun noch tiefer in die Liebe hinein entspannen. Denke nun an eine Zeit, wo Du Dich sehr geliebt fühltest und wo Du vollkommen offen warst. Manchmal ist es hilfreich, dabei an ein Lieblingshaustier oder an ein kleines Kind zu denken. Lasse diese Liebe sich in Dir ausbreiten durch Deinen ganzen Körper. Stelle es Dir wie ein pinkfarbenes, leuchtendes Licht vor. Lasse es von Deinem Herzen aus hochwandern zu Deinem Kopf. Erst zu den Schultern, dann zu Deinem Hals, Deinem Kiefer und nun in Deinen Kopf. Und sogar in Deine Augenhöhlen. Lasse die Liebe Deine Arme hinunterwandern und raus zu den Fingerspitzen. Lasse sie hinunterwandern, um Deine Organe sanft zu wärmen. Und entspanne Deinen Rücken und wandere in Deiner Vorstellung den ganzen Körper hinunter, durch Deine Beine bis zu den Füßen und aus den Zehen heraus. Musik 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 Jetzt bist du eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe, das in rosa-rotem Licht ausstrahlt. Lasse diese rosa Farbe sich vertiefen und das Gefühl von Liebe noch stärker werden. Und nun öffne dich dem Unmanifesten, dem Absoluten. Das ist der Ort, an dem noch nichts passiert ist. Es ist der Raum der unendlichen Möglichkeiten. Öffne dein Herz jetzt noch mehr. Und nun sende deinen Ruf raus für deinen Partner. Für denjenigen, der nur für dich geschaffen wurde und du nur für sie oder ihn. Fühle diese Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele genau jetzt. Das ist eine echte Verbindung. Fühle ihn oder sie. Lade ihn oder sie in dein Leben ein. Fühle, wie du dich dieser Liebe öffnest. Genau jetzt. Fühle, was du fühlen würdest, wenn du diese Person jetzt in deinem Leben hast. Stelle dir die erste Berührung vor und die sinnliche Spannung zwischen euch beiden. Fühle, wie aufregend es sich anfühlt, wenn ihr euch anschaut und euch gegenseitig an den Händen haltet. Was wirst du fühlen in deinem Körper, wenn du diese Stimme zum ersten Mal am Telefon hörst? Stelle dir vor, wie es ist, diese Person in deinem Leben zu haben. Liegend auf der Couch oder fahrend im Auto oder umherwandernd zu den Freunden. Nimm diesen Moment, um den ersten Kuss zu fühlen. Diese Süße, die sich auftut durch eure freudige Öffnung zueinander. Fühle, wie es sich anfühlt zu kuscheln, während ihr einen Film anschaut. Und stelle dir vor, diese Person küsst dich über dein ganzes Gesicht. Streichelt deinen Rücken. Ihr schaut euch tief in die Augen. Geht ganz nah zueinander. Spürt den anderen ganz nah. Seid tief und innig miteinander. Freudvoll. Wie ist es, wenn ihr euch gegenseitig anschaut? Wenn du siehst, wie diese Person spricht mit Mimik und Gestik. Der ganze Ausdruck, den du so bewunderst. Wo du dich danach sehnst, nach Berührung, nach zärtlicher Zweisamkeit. Stell dir vor, wie ihr ganze Tage miteinander verbringt. Unterhaltend, unterhaltend teilt ihr euer Leben. Teilt eure Gefühle. Fühle, wie euer Weg euch näher und näher zusammenführt. Wie du schon ganz glücklich bist, wenn du nur an sie oder ihn denkst. Wie du in dem Gefühl badest, weil du dich freust, diese Person bald schon wieder sehen zu können. Wie du schon ganz glücklich bist. Stelle dir vor, ihr wacht mitten in der Nacht auf, um Liebe zu machen. Fühle, wie ihr gegenseitig die Intensität eures Seins kennenlernt. In dieser Beziehung kannst du wirklich du selbst sein. Diese Person akzeptiert dich wirklich voll und ganz. Nimm dir die Zeit, um zu fühlen, wie sich das wirklich für dich anfühlt. Und dann, um zu fühlen, wie sich das wirklich anfühlt. Ihr teilt euer ganzes Leben miteinander. Ihr macht ein gemeinsames Leben. Diese Beziehung fließt leicht und fühlt sich viel besser an als jemals zuvor. So viel angenehmer und harmonischer. Da bildet sich so viel Vertrauen zwischen euch. Und da ist keine Angst in dieser Beziehung, sondern nur Freude und harmonisches Glück. Jetzt stelle dir vor, diese Person tief und innig zu umarmen, und zwar von ganzem Herzen. Beziehung. 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 Bevor wir nun weitermachen, gebe dieser Person noch einmal eine Umarmung aus deinem tiefsten Inneren heraus. Schau ihm oder ihr tief in die Augen und sage, ja, ich entscheide mich dafür. Ich will das. Die Zeit dafür ist reif in deinem Herzen und in deiner Seele. Und deine Seele lädt diese Person ein und erklärt, nun ist es vollbracht. Und nun, ab jetzt geht ihr stetig voran, immer auf das Leben des Anderen zu. Direkt in eure Arme. Und wisse, diese Verbindung ist ganz real. Es ist genauso, wie wenn du diese Person im realen Leben triffst. Nimm dir diesen Moment, dich in dem Gefühl, diese Verbindung zu deiner neuen Liebe zu baden. Fühle, wie die Liebe, die ihr teilt, dich durchdringt und wie es euch beide durchdringt. Fühle, wie offen dein Herz ist und du solltest dieses glückliche Gefühl von euch beiden zusammen immer wieder fühlen. Wir wollen dies in einem Satz zusammenfassen. Ein Satz, der dich sofort wieder in dieses Gefühl zurückführt. Ich bin die Liebe und Liebe ist reichlich in meinem Leben. Und meine neue Liebe kommt für mich ganz leicht und schnell in mein Leben. Und nun ist die Meditation getan und etwas Neues ist aufgetreten in dir. Denn du bist verbunden mit dieser neuen Liebe. Und da kommt jetzt eine sehr tiefgreifende Wirkung, wenn du dich bereit fühlst, ganz entspannt. Dein Job ist es jetzt, dich innerlich weiterhin immer mehr zu öffnen, für die Beste aller Personen oder für die Person deiner Wahl. Und dass er oder sie bereits auf dem Weg ist. Und öffne dich immer weiter dazu, dass du in eine Realität eingetreten bist, in der dieser Wille gerade geschieht. Solltest du zu irgendeiner Zeit entmutigt sein, so kannst du diese Meditation wiederholen. Ansonsten halte dich so gut, du kannst im Zentrum dieses hoffnungsvollen Zustands. Solltest du von irgendwoher etwas Negatives hören, dann lasse es sofort los und komme zurück in das Zentrum dieses hoffnungsvollen Gefühls. Denn dies ist der wahre Ort, an dem man sein sollte. Weil es wirklich Liebe ist, die auf dem Weg zu dir ist und du solltest gespannt und aufgeregt darüber sein. Viele empfinden es so, nachdem sie diese geführte Meditation gemacht haben. Und sie trafen diese bestimmte Person oder die beste Person innerhalb kurzer Zeit. Und ich vertraue absolut darauf, dass dies auch für dich wahr sein wird. Du trittst nun ein in eine Reise zu mehr Liebe. Eine Liebe, die größer ist, als du es je für möglich gehalten hast. Mögest du Glückseligkeit und Liebe fühlen in jedem Moment. Lasse dich nun treiben in dem wunderschönen Gefühl deiner neuen Liebe. Und lasse die folgenden Affirmationen in deinen Geist einfließen, während du dabei sanft einschläfst. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ganz automatisch komme ich in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie es sich anfühlt, wenn meine neue Liebe da ist. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich spüre das Gefühl, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe immer mehr und immer deutlicher. Ich bin die Liebe und Liebe ist reichlich in meinem Leben. Und meine neue Liebe kommt für mich ganz leicht und schnell in mein Leben. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Den ganzen Tag verbringe ich in dem Gefühl, als wäre meine neue Liebe ständig bei mir. Ich lasse meinen Körper immer weiter entspannen in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie es sich anfühlt, wenn meine neue Liebe da ist. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich spüre das Gefühl, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich bin die Liebe. Und Liebe ist reichlich in meinem Leben. und meine neue Liebe kommt für mich ganz leicht und schnell in mein Leben. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Den ganzen Tag verbringe ich in dem Gefühl, als wäre meine neue Liebe ständig bei mir. Ich lasse meinen Körper immer weiter entspannen in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ich komme in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie es sich anfühlt, wenn meine neue Liebe da ist. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich fühle, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe immer mehr und immer deutlicher. Ich bin die Liebe und Liebe ist reichlich in meinem Leben. Und meine neue Liebe kommt für mich ganz leicht und schnell in mein Leben. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Ich bin die Liebe ständig bei mir. Ich lasse meinen Körper immer weiter entspannen in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ganz automatisch komme ich in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie es sich anfühlt, wenn meine neue Liebe da ist. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich fühle, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle, wie ich bin, wie ich bin. Und meine neue Liebe kommt für mich ganz leicht und schnell in mein Leben. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Den ganzen Tag verbringe ich in dem Gefühl, als wäre meine neue Liebe ständig bei mir. Ich lasse meinen Körper immer weiter entspannen, in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ganz automatisch komme ich in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich fühle, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Und meine neue Liebe kommt für mich ganz leicht und schnell in mein Leben. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Den ganzen Tag verbringe ich in dem Gefühl, als wäre meine neue Liebe ständig bei mir. Ich lasse meinen Körper immer weiter entspannen, in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ganz automatisch komme ich in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie es sich anfühlt, wenn meine neue Liebe da ist. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich spüre das Gefühl, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe immer mehr und immer deutlicher. Ich bin die Liebe und Liebe ist reichlich in meinem Leben. Und meine neue Liebe kommt für mich ganz leicht und schnell in mein Leben. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Den ganzen Tag verbringe ich in dem Gefühl, als wäre meine neue Liebe ständig bei mir. Ich lasse meinen Körper immer weiter entspannen, in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ganz automatisch komme ich in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie es sich anfühlt, wenn meine neue Liebe da ist. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich fühle, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle, wiebiannen. Ich bin die Liebe und Liebe ist reichlich in meinem Leben. Ich bin die Liebe. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Den ganzen Tag verbringe ich in dem Gefühl, als wäre meine neue Liebe ständig bei mir. Ich lasse meinen Körper immer weiter entspannen, in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ganz automatisch komme ich in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie es sich anfühlt, wenn meine neue Liebe da ist. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich fühle, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle, wie wir ein paar Traditionen moniteln. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Den ganzen Tag verbringe ich in dem Gefühl, als wäre meine neue Liebe ständig bei mir. Ich lasse meinen Körper immer weiter entspannen, in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ganz automatisch komme ich in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie es sich anfühlt, wenn meine neue Liebe da ist. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich fühle, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle die Präsenz meiner neuen Liebe immer mehr und immer deutlicher. Ich bin die Liebe und Liebe ist reichlich in meinem Leben. Und meine neue Liebe kommt für mich ganz leicht und schnell in mein Leben. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Den ganzen Tag verbringe ich in dem Gefühl, als wäre meine neue Liebe ständig bei mir. Ich lasse meine Körper immer weiter entspannen in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ganz automatisch komme ich in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie es sich anfühlt, wenn meine neue Liebe da ist. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich fühle, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle, wie ich möchte mich und will. Ich fühle mich fühlen und fühle mich. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Den ganzen Tag verbringe ich in dem Gefühl, als wäre meine neue Liebe ständig bei mir. Ich lasse meinen Körper immer weiter entspannen, in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ganz automatisch komme ich in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich spüre das Gefühl, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle, wie wir ganzQueen und Liebe ARE in jedem Moment. Es fühlen und sein Protection aus Leid anzu. Und mein Leben ist schwer und dein Leben. Ich fühle mich jetzt auf und wenn du dich mit Cathedral pierwszym Sorgen für mich. Hier wird zusammen viel auf. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Den ganzen Tag verbringe ich in dem Gefühl, als wäre meine neue Liebe ständig bei mir. Ich lasse meinen Körper immer weiter entspannen, in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ganz automatisch komme ich in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Ich fühle mich gut. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. Ich fühle, wie es sich anfühlt, wenn meine neue Liebe da ist. Diese Zeit ist genau die richtige Zeit. Ich fühle, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle, wie wir ganz nah beieinander sind. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Ich fühle Glückseligkeit und Liebe in jedem Moment. Und meine neue Liebe kommt für mich ganz leicht und schnell in mein Leben. Ich spüre die Präsenz meiner neuen Liebe, als wäre sie gerade genau hier. Den ganzen Tag verbringe ich in dem Gefühl, als wäre meine neue Liebe ständig bei mir. Ich lasse meinen Körper immer weiter entspannen, in die Liebe hinein. Ich fühle mich ganz offen für die Liebe. Ich fühle mich geliebt. Ganz automatisch komme ich in die Situation unserer ersten Begegnung. Das Gefühl von Liebe breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Alle Blockaden sind beseitigt. Aus meinem gesamten Wesen strahle ich Liebe aus. Ich bin eingehüllt in einem sicheren Kraftfeld der Liebe. Durch das Unmanifeste Absolute bin ich mit meiner neuen Liebe verbunden. Der Ruf zu meiner neuen Liebe ist rausgegangen und erhört worden. Ich fühle diese neue Verbindung von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Das ist eine echte Verbindung. Das ist eine echte Verbindung. Ich fühle es ganz deutlich. Wir gehen aufeinander zu. Es ist sehr aufregend und schön. Ich fühle, wie ich ganz offen für diese Liebe bin. ... Es ist sehr aufregend. célensible dazu liegt. Es ist sehr läst Пол.